Schönen guten Tag, liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen hier bei uns. Wir werden uns den DAX jetzt an diesem Handelsfreitag wieder mal etwas näher anschauen. Klar, mit Thomas Bergmann. Hallo Thomas. Hallo Johanna. Es sah ja am Anfang der Woche wirklich bitter aus, aber so sukzessive hat man sich dann zum Ende der Woche hin wieder etwas gefangen. Stabilisiert kann man sagen. Wir sind wieder etwas fester über der 12.000-Punkte-Marke. Kann man jetzt beruhigt ins Wochenende gehen? Beruhigter, sag ich mal. Also wir haben ja diese ominöse 200-Tage-Linie immer noch sehr im Blick. Vielleicht können wir da auch gleich drauf gehen. Genau. Und wir sind jetzt wieder etwas mehr darüber. 12.023 ist der aktuelle Verlauf. Der 200-Tage-Linie jetzt eben mal 70 Punkte Abstand. Aber wir wissen beide, das ist ein Klacks, da mal kurze Schwäche. Ein Algorithmus, der da läuft und wir stehen drunter. Und dann wird es wieder schnell ungemütlich, weil dann wieder Stop-Loss-Orders ausgeführt werden. Also da muss man schon noch auf der Hut sein. Auch der Abwärtstrend, der kurzfristig ist noch intakt. Auch da nähen wir uns eine Ausbruchsmarke an. Dann fehlen vielleicht noch 40, 50 Punkte. Aber wie ich schon mehrfach in der Sendung gesagt habe, hier im Bereich der 12.320, das ist so die Marke, die es zu überwinden gilt. Dann würde ich sagen, jetzt mal raus aus den Shorts. Und da kann man ruhig mal die Seite auch wieder wechseln, weil dann das Chance-Risiko-Verhältnis deutlich besser ist als jetzt in dem Moment. Aber lieber Thomas, ich habe mich natürlich vorbereitet, habe mich eingelesen in deine Reports, in deine Berichte. Und was du auch schreibst, ist Vorsicht, der September ist ja eigentlich statistisch der gar nicht so gute Börsenmonat. Sollte man da nicht ein bisschen Vorsicht weiter walten lassen? Genau. Das wird auch vielen Anlegern im Hinterkopf, haben wir natürlich bestätigen, Ausnahmen die Regeln. Auch das wissen wir. Aber klar, der September ist ja statistisch betrachtet schlechteste Börsenmonat. Wir haben heute den 1. September, also werden das viele schon mal auf der Agenda haben. Deswegen sind wir eigentlich mit dem Short-Produkt im Moment noch ganz gut aufgestellt, glaube ich. Wir schauen uns auch nochmal die Dreijahres-Performance beim DAX etwas näher an. Wir hatten einen enormen Aufstieg seit Mitte des Jahres 2016. Den Abwärtstrend, den du gerade schon angesprochen hast, der ist weiterhin intakt. Wir sind etwas stabiler, aber wo sind jetzt die wichtigen charttechnischen Marken, auf die man achten muss? Also ganz klar die 12.023, der 200er, dann eben die 12.000-Punkte-Marke. Nicht nur wegen der Psychologie, sondern auch, weil hier viele Schlusskurse eben liegen in dem Bereich. Darunter die 11.4, auch dieses Hoch hier aus 2015. Das ist im ähnlichen Bereich 11.4, 30. Wie gesagt, das auf der Unterseite. Natürlich ist die Chance auch da, dass wir eben jetzt diesen Trend verlassen. 11.3, 20. Ganz wichtig. Ja, und dann sieht man auch hier schon im Chart, letztendlich ist es dann dieses Doppeltop, also sprich die alten Hochs. Ganz kurz schauen wir auch nochmal aufs Produkt. Du hast eben gesagt, man kann sich jetzt überlegen, ob man die Seite wechselt. Wir haben jetzt schon in der ganzen Woche das Short-Produkt besprochen und da hast du gestern auch nochmal ein bisschen nachkorrigiert. Und wenn man sich jetzt noch nicht ganz aus der Deckung traut, sollte man vielleicht doch hierbei bleiben? Also wir haben einen Stopp bei 8 Euro, sprich das sind 155 Punkte vom aktuellen Niveau aus, also im Bereich 12, 250 dann einfach dann rausgehen. Aber wie gesagt, es sind noch abwärts Gefahren da. Das Risiko ist da, dass wir nach unten wegbrechen. Deswegen noch halten, Stopp setzen, laufen lassen. Danke dir, Thomas, für die Analyse. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, etwas beruhigter können Sie auf jeden Fall in das Wochenende gehen. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende und freuen uns auch in der nächsten Woche wieder auf Sie.